Musik Das ist der Technik, ja ja, hier raus, steck, rein wechseln, bin hier, komm zurück, und genau, also Basisformel, eins, zwei, rein wechseln, da, hoch, hier sein, was man jetzt anders machen ist, das ist so wie hier, steck dir schnell nach der Hände, und jetzt geh aus der Einrichtlinie raus, jocke, hoch, hier, ich hab dich angeschaut, ja, eins, zwei, komm, hier, das ist so, okay, wir haben eine kleine Variante, hier kannst du ein bisschen spielen, dann können wir gleich die Bewegung angreifen, Dann kommt es von hinten, das kommt hier raus, schneide hier. Auf wieder, wechseln. Okay. Wenn wir hier sind, blockst du von hier, kommt die Decke weiter. So. So. Hier. Weiter, 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 weiter. Ab da, wieder da. Ja, aber im Prinzip jetzt, warte, warte, warte. Im Prinzip jetzt die gleiche Bewegung, ich gehe aus der Angriffslinie raus. Immer statt es wieder anzugreifen. Komm mal hier. Beinwechsel. Was ich damit zeigen möchte, ist, spielt mit Cutters. Versucht ihn nicht immer so stur zu machen. Also, ihr müsst ihn natürlich erstmal von der Grundidee, von der Basis her, verstehen. Und dann fangt er aber an zu spielen, zu arbeiten, eine Variante aufzubauen, ein neues Szenario. Da sollten praktisch mit einer Bewegung viele neue Sachen machen können. Okay, raus. Viel Spaß. Ciao. Euer Christian in Paste. A. Untertitelung des ZDF, 2020